Ja, da war so ein Chiefment-Ding. Und mein Klopapier ist noch da. Ja, Klopapier. Die Epidemie kann kommen. So, wir sind gerettet. Spiel es durch. Jo, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, ich muss euch leider gestehen, das ist schon das zweite Mal, dass ich den Part hier spiele. Denn mir ist die Aufnahme abgekackt. Das heißt, ich habe schon ein paar Sachen hier erlebt. Aber nicht allzu viel. Also, ich hoffe, es wird nicht zu sehr das Spielerlebnis stören. Ja, auf jeden Fall. Hier, hauen wir mal die Tür ein. Das haben wir im letzten Teil schon gesehen. Und ab da geht es jetzt dann nahtlos weiter. Hey, hauen freundlich. Jo. Ja, Six. Hat hier was gezeichnet an der Wand. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Aber es ist nicht irgendwie ein Easter Egg oder so? Nee. Oder? Vielleicht? Hey, hier bin ich auch nicht drauf. Aber jetzt ist das aus, oder? Ja. Nee, weiter kommen wir nicht. Gut. Okay. Ah, die Spieluhr. Genau. Wollte ich auch gucken, ob man die vielleicht irgendwie benutzen kann. Nee. Können wir nur werfen. Gut. Dann, ähm, ja. Als nächstes muss ich euch noch was beichten. Und zwar, ich habe einen Hut gefunden. Den Six-Hut hier. Oder den, weiß ich wie, wie nennt man das? Regenmütze? Regenhut. Ähm. Ich werde euch aber zeigen, wo ich den gefunden habe. Okay? Jo, jetzt spielen wir erstmal weiter. Six. Wo bist du sie hochgegangen? Sie muss fast, ne? So. Tak, 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 tak. Jo. Mach die Tür auf, komm. Oh. Da scheint jemand heimgekommen zu sein. Oder war da vorhin auch schon der Lärm? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ist neu, ne? Ah. Ihh. Alter, das ist ja hässlich. Was ist da durchgeklettert? Kann man da hoch? Ich will da rauf. Rauf. Ihh. 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 Nimm das doch nicht. Ähh. Ihh. Ins Gesicht mit... Nee, ins Gesicht wollte ich's. Komm. Ein ins Gesicht. Rein ins Gesicht. Nee, nicht. Oh mein Gott. Ja. Jedenfalls. Weiter hier. Aufklittern. Hüpf. Aha. Da willst du also rauf. Rauf. Hoch, wollte ich sagen. Tja. Hey. 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 Also hier rauf willst du, ja? So, und jetzt komm du auch noch. Ja. Ja, nice. Und Schuh. Immer die Schuhe in dem Spiel. Mein Schuh. Zack. So, kann man noch irgendwas machen hier? Hab ich was übersehen. Hey. Gut, dann hoch da. Komm, Six. Kommst mit. Hier, die Leichenteile. Die Puppenteile. Da kriegst du ja Angst. So. Das ist zu schwer für mich allein. Hilf. So. Aber kann man den Schrank öffnen? Nee? Schade. So. Da oben hängt ein Schlüssel. Wie krieg ich den? Kann ich das auch machen? Ah, so. Räuberleiter wieder, ja? Nochmal bitte. Six. Hey. Hey. So, jetzt aber. So. Da oben ein Sägeblatt. Ja, nicht angucken. So ist es drunter durchgehen, ja? Was ist das jetzt eigentlich? Jetzt sieht man es gut. Es ist schon so ein Regenhut, ja? Ja, es ist so ein Regenhut. Hier. Hier. Die Kurbel. Ja, mit dem Ding. Iiii. Iiii. Ii, wie... Äh. Äh. Gibt es einen Albtraum, ey. Gib mir die Kurbel. Den Arm kannst du behalten. Oder warte? Kann man da hinten was machen noch? Gleich kann man da hoch? Ne. Sah nur so aus. Okay. Gut, dann gib mir die Kurbel. Will ich die Hand nehmen? Ne. Nehmen wir die Kurbel, komm. Komm, geh weiter. So, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Nimm. 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 Ja, die nimmt sie sogar. Cool. So. Nein, 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 nein. Warte. Muss rauf. So, jetzt. So. Aha. Schlüssel. Ich stecke deine Tasche, ja? Gut. So. Hier, die Schublade. Der Klassiker. Jetzt können wir wissen, was die Befehle... Es ist immer zu mir kommen, oder? Ja. Ah. Ups. Ups. Ah, ich habe sie überlebt. Gut. Ich dachte gerade, ey. Schon weiterer Sprung. Für so einen kleinen Mann. Und zwar hier habe ich auch was gefunden. Ich weiß nicht, das dürfte jetzt auch weg sein. An dem Häuschen. Da war so ein... Ja, da war so ein Achievement-Ding. Und mein Klopapier ist noch da. Ja. Klopapier. Die Epidemie kann kommen. So, wir sind gerettet. Ich spiele es durch. Ja. Jedenfalls war da drin was zu sammeln. Wird, wie gesagt, so ein Achievement-Ding sein. So. Klopapier. Ich muss mich jetzt leider hier lassen. Wo gemein. Dix, Hilf schieben. Oh, weiter geht gar nicht. Ja, weiter geht nicht. Hallo. Rauf da. So. Und so. Zix, komm. Iiii, die ganze Pelze. Das soll so leise sein. Ekelhaft. Wie der das runterrupft. Kann ich an dem vorbei? Ohne, dass mich der merkt. Ja, die fliegen überall. Ah, hier. Hundetür. Geh auf. Oh nein. Oh nein. Bäh, hier liegen die Kadaver. Bäh. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lauf. Verstecken. Weiterlaufen. Weiter, 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 weiter. Kommt er da. Rein. Verstecken. Alter, der Sack, Mann. Geh weg. Ekliger. Tja. Eee. Was ist das, was wir gehen jetzt? Schleichen besser, ne? Nicht gehen. Ah, der sucht ins Halt, ne? Ah, das ist ein Rabe. Der wird mich verraten. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Ah, wenn der uns kriegt. Und es vorbei. Dann. Macht der kleine Pelz aus uns. Das Licht. Okay, jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Lauf, 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 lauf. Lauf doch. Lauf. Lauf. Nein. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Falsche Taste gedrückt. Wird laufen eigentlich. Alter. Nein, 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 nein. Da ist nix. Vielleicht sollte ich auch nicht die gelbe Mütze tragen, ne? Die ist ja gar nicht auffällig. So, jetzt leuchte die dann nochmal rüber, oder? Leuchte. So, und jetzt, 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 jetzt aber. Komm. Laufen. Los. Los. Ja. Huiuiui. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh. Schnell weg. Hallo. Hallo, ich kann nicht weg. Warum kann ich nicht weiter? Leute, das geht nicht. Ach so. Ach so. Sind wir schon gegangen. Ja. Praktisch so ein Tunnel. Ja, man kann sich Signale geben, während man kriegt. Es wäre interessant, ob man das in Multiplayer spielen kann. Aber ich glaube, das Feature ist nicht drin. So. Ja, hier bin ich auch verzweifelt, ne? Ich habe das so lange nicht geschafft. Man muss ja, jetzt ist das halt nur noch halb so lustig, weil ich, da bin ich echt oft gestorben. Also, man muss halt hier für sie die Brücke aufziehen. So, und wenn man loslässt, dann bricht sie ein. Dann müsste man halt hier... Hallo? Mädchen. Hilf mir, gefälligst. Jetzt ist man hier, ja, genauso. Ei. Ei. Müssen wir hier so... Mit viel Anlauf. Und los. Los. Du schaffst es. Ja. Beim ersten Mal. Ich habe da, glaube ich, sechs Mal versucht. Ich habe immer was vergessen, entweder zu laufen oder... Ich habe vergessen, mich festzuhalten und dann zum Schluss. An ihr, ja. So, und hier, oben, da wo der Rabe sitzt jetzt, da habe ich die Mütze gefunden, die ich jetzt aufhabe. Was passiert eigentlich, wenn ich hier reingehe? Nichts. Okay. Da habe ich die Mütze gefunden. Und zwar ist die Mütze in dem... In dem Käfig drin. Und man kriegt die, indem man hier oben so lang hüpft, bis der Käfig abreißt. So, zack. Da würde der aufgehen. Ja, genau. Da liegt der Junge drin. Mit der Mütze. So, jetzt seid ihr auf dem Stand. Jetzt kann ich auch die Mütze wieder abnehmen. Die gefällt mir gar nicht so gut. Was soll ich denn jetzt nehmen? Ja, ich nehme hier keinen Pappkarton weiterhin. Bis ihr was anderes wollt. Ja. Das ist eigentlich soweit der Stand. Soweit war ich im vorigen Durchlauf, wo halt die Aufnahme abgekackt ist. Ab jetzt ist eigentlich alles bleib. So. Was kann ich jetzt mit dem... Kann ich mit der Kiste was machen? Ach, der blöde Rabe, ne? Der wird mir nichts verraten. Autsch. Verdammt. Ja, okay. Okay. Der Rabe verrät mich sowieso. Auch wenn ich schleiche. Also muss ich gleich laufen. Gleich laufen, komm. Was soll der jetzt? Laufen, laufen, laufen. Zack. Erster Schuss. Schieß. So. Der Fernseher, Fernseher, Fernseher. Rette mich. Ja, gut. Und hoch. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Alter. Hilfe. Leute, 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 Leute. Boah, ich habe Panik hier. Alter. Boah, 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 Alter. Ja, ich war fast runtergefallen. Ähm, raus. Oh, und rein ins Gulasch. Rein ins Gulasch. Mh, lecker. Verstecken. Boah, kann man tauchen gehen. Blub, 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 blub. Wie lange kann man drunten bleiben, bevor man stirbt? Achso. Geht da in die Luft aus, okay? Jo. Ah. Oh mein Gott. Bin gar nicht da. Bin ich jetzt tot? Oh je, oh je, oh je, oh je. Also, sobald er einen sieht, ins Gulasch. Ih, und die fliegen überall. Äh. Eklig. Tja. Da bin ich nicht. Da brauchst du gar nicht suchen. Komme ich jetzt weiter? Soll ich da hochgehen zu ihm? Ist ja auch blöd. Oder hier, hier kann man durch. Okay. Ah, Gott sei Dank. Jo. Gut. Dann würde ich... Six. Six. Ich würde gerne die Folge binden. Six. Bleib hier. Six. Six, komm rüber. Ja, okay. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr das Projekt feiert, lasst mir ein Like da, damit ich weiß, dass ich es weitermachen soll. Äh, ansonsten, schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt. Oder, äh, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Tschüss. Ne? Six, six. Ist auch noch was sagen? Ja. Sag nur, hey. Passt. Okay. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020